Wissen Sie, wie schnell Sie waren? Schneller als erlaubt, wenn ihr mich gestoppt habt. Ist Ihr Beruf Schweinejäger? Bestens erkannt. Können Sie lesen? Ja, ich komme bei langen Wörtern ab und zu ins Stocken, aber ansonsten kann ich ziemlich gut lesen. Dann wären Sie also imstande gewesen, das Schild mit den beiden großen Nullen da hinten zu lesen, oder? Ja, also, ich hätte schwören können, weniger als hundert gefahren zu sein. Ich erzähle, Schwachsinn finden Sie. Oh, nicht doch. So war es nicht gemeint. Nein. Gut, ich fahre, dann kommt nicht mehr vor, ja? Wo zum Henker wollen Sie denn hin? Ihr Penner hier. Ihr wollt mich wohl verarschen, was? Ihr wollt mich doch wohl nicht zur Kasse bitten, oder? Darf ich Ihren Führerschein mal sehen? Ja, ja. Arschlicher. Ganzes Stück von daheim entfernt, hm? Ja, wissen Sie, ich fahre eigentlich immer nach Norden, wenn ich ein bisschen jagen gehe. So komme ich auch mal raus. Unten im Süden sind nicht so viele Schweine. Puh. Oh, Mann. Gebt nicht nur ein Buskel fürs Rasen. Ich ziehe dazu noch Ihren Wagen aus dem Verkehr. Endgültig. Die Reifen sind so glatt wie ein Babyarsch. Unglaublich, dass das Ding noch fährt. Der Blechhaufen sieht aus wie über eine Klippe geworfen. Ja. Ich bitte Sie. Fahren Sie Ihre Mühle zum nächsten Schrotthändler. Und von dort aus auf schnell zum Weg dahin, wo Sie hergekommen sind. Ihre hässliche Fresse möchte ich hier nie wieder sehen. Haben wir uns verstanden? Oder sind die Worte zu lang für Sie? Ja. Möchten Sie die Echt durchziehen, die Nummer? Bestens erkannt. Wünsch noch einen schönen Tag. Danke. 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 Danke.